Ja, hallo. Ähm, Red Dead Redemption, wie ihr seht. Und hier machen wir die nächste Hauptmission. Ist hier wieder im Lager. Oh, halt. Geh mal noch schnell auf die Karte. Hier. Hätte ich was vergessen. Sodom. Zurück nach Gomorra. Da ist das Ganze. Und jetzt grüßen wir mal. Das war nicht meine Schuld. Es war nur eine von ihnen Dinge. Wie ist das, wenn ich in die Probleme bin, bin ich ein verdammt und ein Idiot? Aber wenn du in die Probleme bist, ist es nur eine von ihnen Dinge. Das ist ein guter Punkt, Arthur. Sehr gut. All right, well, was ihr all want me to do? Hit the goddamn bank with us. Du glaubst wirklich, es wert zu gehen zurück zu da? Die vier von uns können die Bank einfach schlafen. Aber ich bin nicht zu lieb, es wird eine Verordnung, wenn wir uns überlegen. Und wenn wir serious sind? Nein, nur die Landwirte, die sich umgekehrt und in die Aktion gezwungen sind. Wenn wir schnell und ruhig sein können, wir können es gut schlafen. Wenn es vier von uns gibt, ich meine. Und du glaubst es das Risiko? Es ist ein Bank, Arthur. So? Ist das Take gut? According zu dem Mann, ich habe gesehen, ja. Es ist der Ende der Verhandlungen. Viel Geld und viel Leute zu sagen. Okay, ich denke, es ist wert zu schauen, zumindest. Wir müssen warten bis morgen. In any Fall, ich muss diese Räge aus dem, wenn ich zu machen werde. Okay. So, Bill, das besser wäre es wert. Oh, es ist. Wir haben viele Forschung in das. Ich hoffe so. Okay. Los geht's. Mr. Morgan. Herr Strauss. Der Mann. Der Mann. Thomas Downs. Wahrscheinlich ist er tot. Er tot? Huh. Ich glaube, er hat nicht sehr gut gesehen. Seine Frau. Ich glaube, er hat eine Frau und Kind. Sie wird das Geld geben. Natürlich. Natürlich. Dann gehen Sie da hin und holen. Wir haben ihnen viel Geld. Okay. Okay, los geht's. Ja. Wie wird das Geld passieren. Wir haben noch einmal erzähltes über dieses ripped Can't-Go-Wrong-Plan? Oh, es kann das dann ganz falsch passieren. Echt. Ähnlich kann. das Ganze kann. Wie das beginnt. Wie geht's. Das ist wieder sicher. Äh. Das ist ein Wohlkluft. Ich weiß, wie es sieht. Wenn wir in gut gehen können, wir senden Frau Jones zur Bank. Sie werden sie nicht erinnern. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Was denkst du diese Zeit? Ich weiß nicht. Die Fehlers immer lieben die kleine Mädchen verloren, aber niemand spielt einen Harnack-Harlack wie ich. Sie müssen sie arbeiten. Als sie sie distracted haben, wir gehen. Als ich den Ort auf dem Ort war, nur ein paar Gäste. Wir sprechen mit ihnen und allen Kunden, die fühlen sich brav. Und du hast immer sich als der Volkmann, richtig, Arthur? Ich verstehe, warum du mich bringst. Hey, ich bin mehr als Willa. Nein, das ist besser, dass ich es mache. Oh, und die Deutschen sagst du, dass ich auch ein paar Gespräche mit dem Graybühen habe? Was? Nein. Was für ein Kind? Siehst du? Siehst du nicht, Morgan? Ich bin da draußen, mit dem Arbeit, wie du. Ich habe sie mit ihnen ein paar Mal mit ihnen. Sieht, dass sie ein paar Sekunden suchen. Ja, ich bin sicher, dass sie sind. Vielleicht gibt es etwas für uns. Na gut, mach es einfach. Wir haben viele Teile in diesem Feuer. Ja, ich weiß, Morgan. Ich kann nicht glauben, dass du mich zurückgezogen hast. Ich kann nicht glauben, dass du mich zurückgezogen hast. Ich sage mir nicht, dass es dir nicht schuldig ist, dass du diese Bank hinterlassen hast. Nicht wirklich. Arbeit in der Stadt und nicht in der Bank zerbrechen? Das ist sehr schrecklich. Ich glaube, dass wir ein bisschen weitergegangen sind. Wir haben den Ort geholfen. Wir haben den Ort geholfen. Du hast, Morgan. Nicht ich. Ich habe es cool gemacht. Ein paar von Hübschen. Ich habe ein paar Oat-Driskels. Oh, das stimmt. Wie gesagt. Du schraubst dich. Es ist nur eine von diesen Sachen. Ich schraubst dich. Ich schraubst dich. Ich bin der Prizschel-Idiot. Na gut, Bill. Ich weiß nicht was zu sagen. Ich weiß nicht. Ich bin überrascht, dass du mich nicht schon über diese Dynamite riefst. Ein Fehler. Und ich werde es niemals aufbauen. Was sollst du? Eine Karte? Eine Karte? Eine Karte? Ich weiß nicht, dass ich die Bedeutung auf dieser Seite habe. Wir sehen uns über das. Als es geht. Und ich habe einen Hübschen. Und wir sehen uns über das. Und wir schauen uns das durch. Wir schrauben Kornwald's Trank. Wir schrauben uns viele Leute in Valentine. Wir schrauben uns die Spiele, Coach. Das ist nur auf dich jetzt? Und jetzt geht es um den einen Ort, den er wusste, wo wir uns gefunden haben. Das ist ein Genie. Ich bin nicht sicher, dass das immer wahr ist. Was ist mit dir passiert? Du fühlst dich wirklich nervös in deinem Zeitpunkt. Die letzten paar Wochen hat es passiert. Lass mich über Cornwall. Er kann nicht mehr Menschen haben, bei diesem Punkt. Wir haben ein bisschen dicker in diesem Stall, aber wir haben alle weggegangen, gut von dem. Ich habe nicht weggegangen. Wenn vier von uns mit ihnen in Valentin, und vier von uns mit ihnen mit ihnen nach dem Kuch robben, dann bin ich nicht zufrieden. Wenn du so sagst. Wir müssen schnell gehen, wenn wir in Valentin, ich bin sicher, dass sie uns nicht vergessen haben. Natürlich! In und aus! Dutch will das lieben. Wir machen es erst einmal. Ich bin glücklich, dass du und Lenny sind allein für das, Karin. Niemand muss sich die Leute aus dem Problem halten. Ich bin nicht sicher, dass auch Lenny auf sein kann, um seinen Kopf zu halten. Nicht nach der Nacht, dass du zwei in Valentin warst. Ja, ich habe das versucht, zu vergessen. Wie wenig ich von ihm erinnere mich. Du hast immer ein schlechtes Kuch. Und bevor du das sagst, ich weiß, nicht nach der Nacht. Ich glaube, wir werden nie lernen. Und Bill ist nicht viel besser. Also müssen wir ein bisschen Whisky aufhören? Wie geht es, wir warten bis nach der Bank, okay? Bleib jetzt runter. Wir sind hier. Okay, jetzt haben wir in Valentin angekommen. Agen sind hier raus. Good morning. Hallo da. Puh. 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 Okay. Lass uns die Hose hier in der Hauptbahnhof. Okay 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 Go to work Of course You all right? All right, keep it cool and follow me, fellas So, we never decided Is it lost little girl you want, or the drunk and harlot? Okay Okay Where is he? Have you seen it? I really think you should leave, madam I'm not leaving Okay, we're going No, hold on Wait till she's gotten real damn Time like you don't know me I'm stuck up in here Not so goddamn stuck up last night Sorry, just between us I've never seen this woman in my life Get your goddamn hands up It's a goddamn robbery Nobody move Nobody move Nobody move Don't make us hurt you Here Unlock the door Okay Okay, so Aww Oh What do you think we're here from? Come on Come on Open the goddamn vault Open it Oh Oh Too goddamn slow How's it going in there? Too slowly You better get that door open right now I'm nearly there Yeah Shut up Bitch, hurry up Come on Okay I'm in Someone come make sure the chute behaves himself in here Come here Prozent Prozent Alarboxes mehr Prozent die 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 Wacht dieser Kronenburg Kiebner der Bieskunde zu kämpfen Prozent die Hälfte so wie er er hat mich Achtung Prozent ich glaube das haben nicht um uns auch Oh, wie war denn das? Ah, sehr schön Sehr schön Zwei A few more minutes How's it looking there? Good, told ya Don't count your chickens just yet Also, hier müsst ihr mit dem linken Stick Irgendwann der Una sieht das Pfeil In die Richtung drehen Sehr schön Drei Ich packe mal alle Ich weiß es gar nicht mehr Oh, das da ging schnell Oh, super Oh, super Jawohl Wir haben alle fünf Ich weiß nicht, ob es eure zeitliche Begrenzung gibt Boah, da haben wir einiges So, ihn haben wir auch noch geblendert Ihr seid gerade verletzt Ich habe kein Problem, ihr seid verletzt 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 Ich gehe, folge mich. Was, du sagst du? Wahrscheinlich. Nicht schreien, nicht schreien sie. Ich habe eine Schreckliche Fehler gemacht. Geh raus, Frau. Entschuldigung. Ich denke mal, wenn wir so schnell zu unserem Pferd... Jetzt müssen wir sie aufpassen. Ok, jetzt müssen wir sie mal die Power. Ich schieße zu uns, aber ich sehe gerade irgendwie keiner. Oh, shit. Sehr schön. Die haben wir gut erwischt. Klasse, die haben wir auch gut erwischt. Wenn ich da links komme, glaube ich, ist gleich noch... Oh, ein Rechts-A. Da vorne tauchen gleich noch welche auf. Das sieht man ein bisschen, weil sie wie so roh da wird. Und nach vorne hingesehen. Die haben wir auch erwischt. Die haben wir auch erwischt. Sie müssen man diesen B-B-B-B-B-B-B-E-R-S. Die haben wir auch mal Geh-B-B-B-B-K-T. Hier ist der B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Die haben wir auch mal geflasen, wie es ist. Sie müssen uns auf dem B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Sie müssen uns auf die Straße, Morgan! Die haben wir ja auch die D-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B, Sie müssen die D-B-B-B-B-B. Okay, ich denke, wir haben ihn verloren. Danke, Herr Schäubert. Das war... Dramatisch und gefährlich. Danke, Bill. Wir sind жив, und wir sind schuldig. Ich sehe nicht das Problem. Und das ist das Problem. Bill, das ist ein sehr guter Gehrein. Das wird glücklich sein, wenn es mit einem großen Problem kommt. Es war Spaß. Vielleicht bist du recht. Now, go on, get out of here. Have some other business to attend to. Don't head directly back to camp. And make sure you ain't followed. Ah, okay. This is Downs. So. Ah, okay. Jetzt müssen wir noch zu einer Ranch. Oh, der Überwahl hat jetzt doch eigentlich ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Soweit. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir auch mal scheitern kann, was die Tresore knacken angeht. Äh, waren jetzt ja alle gar geöffnet bekommen. Ja, ich muss mal noch gucken, ob ich nur noch diese, wo andere Variante möglich sind, dass ich die auch nur noch mache. Und das dann irgendwie auch noch aufzeichne. Jetzt war ja die ruhige Variante. Aber man kann ja die Tresore noch in die Luft sprengen. Oh, okay. Gut. Da gab es keine Wahl. Und du bist so gut, als du ihn selbst verletzt hast. Und du bist so gut. Du hast eine Wahl. Du sprichst, als ob es zu töten wäre etwas, was ich für mich interessiert habe. Du wirst immer über Eternity fragen. Du solltest. Ich hoffe, dass es heiß und schrecklich ist, Frau Downs. Otherwise, ich fühle mich, dass ich eine falsche Brücke habe. Jetzt bitte, gib mir das Geld. Entweder du hast ein Lazy Eye, oder ein Lack von Respekt. Was ist das, Frau? Ich habe keine Lazy Eye. Keine Respekt für die Lack von dir. Vielleicht, wenn deine Mutter fertig ist, mit deinem Vater. Ich werde sie in Black, auf deinem Handeln. Du denkst auf das, Frau? Vielleicht, du sollst, Herr. Und vielleicht andere Worte werden. Du solltest du mit dem Buch. Weil ich meine Sprache auf das. Vengeance ist ein Idiot's Gain. Ah, Frau Downs, danke für deine Funktualität. Das ist neben der Gönlichkeit, nicht wahr? Das ist cleanliness. Ich muss deine Worte auf das. Guten Tag. Das ist frei. Du schackst. lig. Ich muss deine Worte auf das. Oder ist diese Worte auf dem Buch. Das ist da, Frau zu tun. Das ist die Worte auf der Worte auf. 4 auch also richtig kohle abkassierte boah scheiße ganz knapp noch mit 70 prozent genauigkeit um mann der andere alle tresore er wollte also kann es schon mal auch nicht funktioniere sehr gut doch sehr sehr zufrieden vielen dank und jetzt immer heute bandanteil abgeben ja dann gehen wir doch schauen so wie man der kass an und dann melde ich mich wieder sehr schön